ich bin verletzt heil mich schnell kriegst du jetzt hier in die ecke macht man schnell die chance die sind kein gejammer wenn man wenigstens noch in vorteil dadurch hätte außer diese wo ich kann dann aufstehen wann ich will vielleicht sollte ich mit mit dem wie heißt es wenn man verletzt ist dann nicht stöhnt ja genau ich dachte mal erst das ist kein gejammer eiserner wille ist das na vielleicht müsste ich die bing kombinieren adrenalin nützt mir eigentlich gar nichts in der in der dingsbums aus außer dass ich dann den sprint boost habe wo müssen die jetzt bei mir jetzt nicht mehr ja ist klar hast du gut abgeschmiert du du bist im haus gekommen da war ich nämlich oben drinnen echt ja habe ich nicht gehört wenn ich jetzt zurzeit killer spielen würde und ich würde sehen dass jemand kein gejammer nimmt die würde ich so trottunneln einfach einfach weil ich weiß wenn die perk haben machen die bestimmt zu 90 prozent diese zu 99 prozent diese challenge ich werde Das ist ein Mieter. Da fahrende ich! Die beiden Tore sind hier beim Rummel rechts und links. Ich bin, wenn du drauf zuläufst, rechts an dem Tor. Bissig. Ah, okay. Ich bin nicht nur ein. Pidu. Lippiduppiduppiduppiduppidupp. Da saß ich schon die ganze Zeit so. Ja, cool. Ich habe diese wunderbaren Challenge geschafft. Wirst du sie auch schaffen oder opferst du noch dein Leben? Weil du die Randoms retten musst. Oha. Dieser professionelle, ultimative Stun. Doch. Hat sie nöt? Oh, da ist ne Luke. Guck mal, ich habe einen Schlüssel bei. Guck mal, solange wie der da liegt. Ich wäre an seiner Stelle schon längst von alleine aufgestanden. Bestimmt, Dings, wahr? Flüschwächter meinst? Flüschwächter meinst? Flüschwächter meinst? Oha. Ich bin mir über den, ich habe einen Schlüssel bei dir. Ah. Ich habe ein bisschen mehr in dener Schlüssel. Vielen Dank.